Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, dass Roboter unser Leben einfacher machen? Das klären wir jetzt bei zwei Minuten Wissen. Oder Pepper? Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben in unserem Alltag. Der gesamte Robotikmarkt wird auf über 100 Milliarden Euro im Jahr 2025 wachsen. Um effektive Robotik entwickeln zu können, brauchen wir digitale Werkzeuge wie Planung, Konfiguration und Simulation. Die digitale Lösung bietet uns viele Vorteile. So können wir im Vorfeld bereits simulieren und prüfen, was ist der optimale Roboter, wo soll der Roboter stehen und wie kann die Anlage optimal gestaltet werden. So können kostenspielige Fehler von Anfang an vermieden werden. Aber wie kommen wir jetzt zu unserer digitalen Lösung? Zuerst einmal müssen wir die Realumgebung digitalisieren. Das funktioniert zum Beispiel mit einem modernen Smartphone. Diese Daten kommen dann in einen Computer, werden aufbereitet, mit 3D-Modellen ergänzt und können dann als digitaler Zwilling verwendet werden. Das funktioniert aber nicht nur im industriellen Bereich, sondern auch im privaten Umfeld. Oder habe ich noch was vergessen, Pepper? Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf mein Tablet. Das funktioniert. Das funktioniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017